Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, aber auch der Tag der Gewerkschaften, was wichtig ist für unsere Demokratie. Denn Arbeitnehmerrechte, ein Sozialstaat, ergibt sich nicht von selbst. Dafür muss man sich einsetzen und das tun die Gewerkschaften. Ich bin deshalb sehr stolz darauf, dass ich als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, als Gewerkschaftsmitglied und als ehemaliger Arbeitnehmerin und Arbeitnehmeranwalt am 1. Mai auf einer Kundgebung in Koblenz sprechen kann. Wir leben in schwierigen Zeiten, das muss nicht gesagt werden. Jeder weiß, was die Corona-Pandemie auch für wirtschaftliche und soziale Konsequenzen hatte. Jeder weiß, was der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für Konsequenzen hat, auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung und natürlich für Arbeitsplätze, für Inflation und für Preise. Trotzdem können wir zuversichtlich nach vorne schauen. Wegen der Dinge, die wir unternommen haben, um Gewerkschaften dabei zu helfen, Tarifabschlüsse zustande zu bringen, in denen auf die plötzlichen Preissteigerungen gut reagiert werden kann. Und das ist geschehen mit vielen sehr weitreichenden und sehr guten Tarifabschlüssen. Aber wir können auch zuversichtlich sein, weil wir vor einer Zeit stehen, in der es uns gelingen wird, unsere Wirtschaft nach vorne zu bringen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig ein Land zu sein, das CO2-neutral wirtschaftet. Und die Zeit hat noch etwas Besonderes. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Fachkräfte werden gebraucht. Manche sprechen schon vom Arbeiter- oder Arbeiterinnenmangel. Das ist eine Zeit, in der man erneut betonen muss, dass der Respekt vor denjenigen, die arbeiten, im Mittelpunkt jeder Demokratie stehen muss.